Wollt ihr wirklich zu JJ rein? Wir hatten doch JJ vor zwei Jahren schon. Und rein da! Hallo, Danergy! Wie geht's dir? Deshalb sind wir hier. Es ist Zeit, etwas zu aktualisieren. Oha, Danergy, krieg ich einen zweiten Song, oder was? Oh! Schlagschuh! Ich würde gerne für euch beiden ein Jahr. Wir haben dann einen Song zusammen. Oh mein Gott, ja! Bitte! Einen besten Freundes-Song! Oh ja! Also, weil wir sind wirklich für eh und je beste Freunde, seitdem wir geboren sind. Das ist geil, das ist geil! Okay, kennst du das Prinzip von Danergy? Ich hab mir ein paar Videos angeschaut. Ziemlich cool. Ja, also er braucht fünf, sechs Wörter von uns, aus denen er jetzt einen Song macht. Eins muss auf jeden Fall JJ sein. Ja. Zu 100 Prozent. JJ? Und dann Wörter, die uns verbinden. Ja, genau. Irgendwas, was so zu uns passt. Oder irgendwelche Charaktereigenschaften, die wir haben. Das ist geil, das ist geil! Über eure Freundschaft, was verbindet euch? Das ist jetzt halt richtig cringe-romantisch, ne? Wir haben auf jeden Fall die gleiche Klatsche. F steht für Freunde. Doppelklatsche, oder wie? Doppelklatsche? Okay. Ich hätte eher sowas gesagt wie... Empathie. Füreinander? Oder für andere Menschen? Für alle. Haben wir Empathie? Äh, hm, okay. Okay. Nein, wir nehmen, ja. Wir nehmen J. Joe und Lost auch ein bisschen. Ja. Lost. Ja. Sandkasten ist auch gut. Oder einfach Liebe. Und, nein, weißt du, was wir auch mit reingregen müssen? Snoopy. Snoopy und JJ. JJ? Ja. Also, ich nenne sie immer Snoopy und sie nennt mich JJ. Okay, merkt euch das, alle mitschreiben. Also, J. Joe, Snoopy, weil J. Joe kennst du ja, J. J. 28 würde auch gut. Ja, wir müssen sie auseinanderbringen. Spaß. Mitschreiben. Weil ich mir gerade im Song fahre und denke so... Ach, Denergy kann aus allen Wörtern was machen. Okay. Ich glaube, als er bei mir das erste Mal war, habe ich, glaube ich, gesagt Margret und keine Ahnung, auch tausend andere Wörter und er hat trotzdem einen geilen Song draus gemacht. Was ist die schönste und die schlechteste Eigenschaft der anderen? Dickkopf ist die schlechteste. Und die schönste ist... Du zerstörst hier gerade unsere Freundschaft, Denergy. Äh... Lässigkeit ist die schönste. Lässigkeit? Lassenheit, ja. So eine... Ähm... Du hast immer so eine Leichtigkeit im Leben. Äh... Okay. Okay, Joy ist die beste Eigenschaft. Ich weiß nicht, wie ich das in ein Wort verpacken soll. Wie sagt man das? Dass du bist die Einzige, die in meinen Kopf kommt. Also, weißt du, was ich meine? Verliebt sein, wenn man das... Also, Joy ist die einzige Person, die... Nein, also, die... Weiß ich... Ja. Vielleicht findest du eins, Denergy. Die schlechteste Eigenschaft, die mich manchmal echt sauer macht, Unsicherheit. Unsicherheit? Ja. Das macht mich manchmal sauer. Okay, mitschreiben, Chat. Ja. Das macht mich jetzt ein bisschen unsicher. Was können wir nachfragen? Einer, Denergy, wir haben echt viel zu erzählen. Wir waren auch schon mal zusammen in der Massenstiegerei wegen der Mütze, falls du das noch mit einbauen willst. Wart ihr schon mal an den gleichen Jungen verliebt? Nein. Gott sei Dank haben wir den komplett unterstützt. Der Geschmack. Bruder, Gelb, Bruder, Frau. Okay. Hat Joy auch Fußball gespielt? Ja, wir haben in der gleichen Mannschaft Fußball gespielt. Joy hat die, äh, 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 hat die zwölf gehabt, Rückennummer, und ich die neun. Mitschreiben. Kann man vielleicht auch noch mit einbringen. Zwölf und neun. Ich, ich im Sturm und Joy in der Abwehr. Und wir beide haben dafür jahrelang gekämpft, dass Joy ein Tor macht. Ich mache jetzt Stunt, mein Chat. Dann sehen wir uns in einer Stunde. Oder möchtet ihr noch ein Wort? Willst du noch ein Wort hinzufügen, oder? Nö. Geil, danke dir. Bis in einer Stunde, würde ich sagen. Bis in einer Stunde. Okay, easy going, Jets. Ich brauche die Wörter erstmal. Ihr kennt das mit jeder Rennige. Ja, was soll ich alles sagen? Wann habt ihr schon mal an? Hat was, oder? Boah, das ist ne kranke Mello, oder? Das ist ne, das ist kranke Mello. Ich werde so nen kranken Hit schreiben. Und dann Jay. Ohne Schlaf ist schlecht. Eigentlich so Joy. Du hast dich. Ich hab dich nie enttäuscht. Jay, du bist mein Ein und Alles. Jay, du bist mein Ein und Alles. Ich hab mir mehr gewollt. Schlägerei wegen ne Mütze. Ich halte mich zu dir. Joy, du bist da für mich. Ich hab dich nie enttäuscht. Jay, du bist mein Ein und Alles. Ich hab mir mehr gewollt. Ja. Hey, hey. Joy. Jay, ciao. Wir sind zusammenkassen Freunde, die sich nie verlieren. Sandro, bist du das erste Mal dabei? Sag ehrlich. Denkst du wirklich, das ist die Version? Wir lassen es doch extra mixten, mein Freund. So, ich würde mich an dieser Stelle übelst freuen für einen kurzen Slogan, den ich vorbereitet hab. Und zwar Er wusste nie wirklich, was er kann, weil er nichts kann. Oh, eins, wo ist der? Der Junge kann singen. Sein ganzes Leben in einem Katalogismus. Ich bin nervös. Ja, wir halten Händchen. Ich bin nervös. Es geht los. Ja. Ja. Ich muss nicht ganz was machen. Joy. JJ. Wir sind Sandkasten, Freunde, die sich nie verlieren. Schlägerei wie eine Mütze. Ich halte mich zu dir. Du bist da für mich. Ich hab dich nie enttäuscht. Jay, du bist mein Ein und Alles. Ich hab nie mehr gewollt. Endlich. Du weißt, dass ich dich drücke bei Liebeskummer. 89 und 12 waren unsere Nummer. Oha! Der Junge. Der Junge bringt mich manchmal um den Verstand. Doch keine Sorge. Stehst du mal wieder mit deinem Rücken zur Wand. Bin ich für dich da. Du liebst meine Lässigkeit. Aber nur mit dir kann ich lässig sein. Auch wenn wir eine Klatsche haben, seh ich nur die Welt mit dir in Farben. Joy, du bist da für mich. Ich hab dich nie enttäuscht. Jay, du bist mein Ein und Alles. Ich hab nie mehr gewollt. Ich hab nie mehr gewollt, Ich hab nie mehr gewollt. 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 Was ist das? Was ist das? So wie? Wir schmelzen dahin, oh mein Gott, wie süß ist dieser Song bitte, ich schwöre, ich sehe uns schon im Altersheim, wenn wir so irgendwann so richtige alte Omas sind, wie wir zusammen im Altersheim wohnen und so die Lautstärke aufdrehen und so mit unserem Rollator und so vor und so unsere Götzschränken. Unsere Götzschränken zu unserem Freundschaftssong. Ja, Mann. Oh mein Gott. Ey, vielen, vielen Dank, Danergy. Ich danke dir. Ehre. Also ich hoffe, kann ich, doch, man kann sich sowas aufs Handy ziehen, ne? Ich will es als Klingel tun. Also bitte mal, wer, also welche Freunde haben denn einen Freundschaftssong von Danergy? Wir jetzt. Wir, oder? Danergy, wir sind die Ersten, oder? Ja. Der perfekte Abschluss. Vielen, vielen Dank, Danergy. Tausend Dank. Hat uns sehr, 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 sehr gefreut. Wir sind auch sehr talentiert. Freunde, die sich nie verlieren. Schlägerei wegen ne Mütze, ich halte mich zu dir. Troll, du bist da für mich, ich hab dich nie enttäuscht. Troll, du bist mein Ein und Alles, ich hab nie mehr gewollt. Ey, du weißt, dass ich dich drücke bei Liebeskummer. 89, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19.